Herzlich Willkommen bei unserer Dokumentationsreihe Alltag unterm Hakenkreuz. Das Vorschönombur hier hinter mir ist eine der vielen Befestigungen an der sogenannten Maginot-Linie. So bezeichnet man die ehemalige Verteidigungslinie Frankreichs, unter anderem gegenüber Deutschland. Dieses Verteidigungssystem bestand aus Bunkern, aus Befestigungen wie dieser hier und Kriegsgerät. Um etwaige Angriffe des deutschen Nachbarn abzuwehren. Seit die Wehrmacht im September 1939 Polen angegriffen hat, herrscht zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich Krieg. Doch es wird kaum gekämpft. Man spricht vom Sitzkrieg. Am 10. Mai 1940 ist es dann soweit. Die deutsche Wehrmacht marschiert in Frankreich und in die neutralen Benelux-Länder ein. Natürlich brauchen die deutschen Truppen in diesem Feldzug gegen die westlichen Nachbarn ständig Nachschub. Nahrung, Getränke, Kleidung, Medikamente, Maschinen, Ersatzteile und Munition. Dies besorgen die sogenannten Versorgungseinheiten der Division. Rund 15.000 Männer müssen versorgt werden. Und einer dieser Männer im Nachschub war ein Hobbyfilmer. Ihm verdanken wir diese Bilder. Friedrich Gierke, Hauptmann der 23. Infanteriedivision im Juni 1940. Derselbe Mann einige Monate später. Sein Gesicht hat sich verändert. Es ist ernster geworden. Als er 1940 beginnt, sein filmisches Kriegstagebuch zu führen, ist der Hauptmann im Nachschub hinter kämpfenden Kameraden. Die Angriffe der Wehrmacht haben Frankreich gezeichnet. Dabei war das Land seit dem Ersten Weltkrieg der Angstgegner der Deutschen. Die französischen Befestigungen galten als unbezwingbar. Im Sommer 1940 aber ist es anders. Die Wehrmacht führt einen Blitzkrieg. Gerke leitet in diesem Feldzug eine Versorgungseinheit. Die Infrastruktur Frankreichs erleichtert ihr die Arbeit. Neben dem sehr gut ausgebauten Schienennetz gab es ja eben auch ein sehr gut ausgebautes Straßennetz, sodass also die Lkw-Kolonnen rasch dann von den Ausladepunkten aus den Nachschubbetrieb an die Front leisten konnten. Und der Krieg war ja nur von kurzer Dauer, waren also nur vier, sechs Wochen im Grunde genommen größere Kämpfe, sodass der Verbrauch auch nicht so hoch gewesen ist. Schon bald erfahren die Männer von der Kapitulation Frankreichs. Ihre Arbeit im Nachschub wird dadurch aber keinesfalls überflüssig. Auch eine Besatzungsarmee will versorgt werden. Gerke filmt Soldaten während des Exerzierens. Die Offiziere schauen zu. Bei den Soldaten ist das Üben, umgangssprachlich Bimsen genannt, alles andere als beliebt. Doch Training muss sein, auch wenn sich Versorgungseinheiten in der Regel einige Kilometer hinter der Frontlinie befinden. Durch Partisanen sind diese Nachschubeinheiten auch deshalb gefährdet, weil sie ja wertvolle Güter transportieren, die für versprengte Feindteile oder in Partisan-Gruppen von Interesse sind. Im besiegten Frankreich ist diese Bedrohung für die Soldaten aber weit weg. Man bezieht Quartier in Montbelliard an der Grenze zur Schweiz. Den Offizieren bleibt Zeit für Ausritte. Die Verpflegung ist in Frankreich gut. Meistens sind die Waren gekauft, denn in Frankreich zu plündern, wird hart bestraft. Übersetzer wie diese junge Frau sind gefragt. Sie hilft Gierke, wenn es darum geht, bei Franzosen einzukaufen. Er hat zu dieser Zeit den Auftrag, für die Division Alkohol zu besorgen. Und macht sich mit anderen Offizieren auf den Weg nach Reims. Zur Sektausgabestelle des Oberquartiermeisters. Die Kathedrale von Reims ist eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Schäden, die das Gebäude im Ersten Weltkrieg davon getragen hatte, waren erst 1938 beseitigt worden. Andere Spuren des Ersten Weltkriegs sind immer noch zu sehen. Im rund 120 Kilometer entfernten Verdun liegen Gräber Hunderttausender gefallener Soldaten. Wie auch im Beinhaus von Doumont. Viele deutsche Soldaten besuchen als Besatzer Verdun und andere große Soldatenfriedhöfe. Diese Orte wecken dunkle Erinnerungen. Die älteren Soldaten, die Offiziere, die 20 Jahre zuvor als junge Kerle dort im Schützengrab gelegen haben, die sind zurückgekehrt an die Städten, wo sie eben Fürchterliches erlebt haben. Wo eben Gräber, Namensgräber gewesen sind von Kameraden, an die sie sich noch erinnert haben. Für die ganz Jungen, die den Ersten Weltkrieg nur kannten aus den Erzählungen der Väter, war das auch kein Grund zum Übermut. Denn die Erzählungen der Väter waren ja vom Schrecken sozusagen geprägt. Der Erste Weltkrieg war ja in Erinnerung Schützengrabenkrieg. Das waren Gasangriffe, waren horrende Verluste für nur 100 Meter eroberten Gebietes. Doch Frankreich hat seinen Schrecken für die Soldaten verloren. Jetzt genießen sie ihren Besatzeralltag. Auch die zahlreichen Kabarets. Dass in Revuen manchmal äußerst spärlich bekleidete Damen zu sehen sind, spricht sich schnell herum. Es ist einer von vielen Aspekten, die die deutschen Soldaten an Frankreich schätzen. Gierke und seine Begleiter fahren im Auftrag der Wehrmacht nach Bordeaux und Cognac. Sie machen währenddessen einige Tage Urlaub. Es geht an die Atlantikküste. Sie genießen die Sonne und den Strand. Gierke legt sich in den Sand. Dann ist Zeit für ein Bad im Atlantik. Jetzt geht es nach Cognac. Dort kauft die Gruppe um Friedrich Gierke Spirituosen und Wein. Nicht ohne den dafür nötigen Rohstoff zu testen. Die Stimmung ist bestens bei den Deutschen. Leben wie Gott in Frankreich. Es sah ja so aus, das gilt für die Stimmung in der gesamten deutschen Bevölkerung, als ob der Krieg jetzt so langsam veräbben würde. Mit Sowjetrussland war man verbündet, hatte zumindest also einen Nicht-Angriffsvertrag. Und die Hilfslieferungen Stalins kamen ja über die Grenze. Die USA waren fern am Horizont und neutral. Das Schloss von Versailles steht für die Deutschen damals für eine weit schlechtere Zeit. Für einen nationalen Schmach. Der Friedensvertrag von Versailles schrieb Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg Reparationen und Gebietsabtretungen vor. Die Nationalsozialisten hetzten von Anfang an gegen den sogenannten Schandvertrag von Versailles. Im Jahr 1940 stehen die deutschen Soldaten als Sieger vor dem Schloss. Für viele Deutsche eine Genugtuung. Und manch ein deutscher Soldat würde sich gerne mit einer Französin an der Seite schmücken. Denn die Frauen dort stehen in dem Ruf, freizügig zu sein. Auch in Nordfrankreich, streng katholische Landgemeinden, da waren die Mädchen nun nicht scharf darauf, über jeden Männerrock herzufallen. Der durchs Dorf kam schon gar nicht, also gegenüber Fremden. Also das weiß man aus Erzählungen vieler Soldaten. Das war gar nicht so einfach, in Frankreich eine Freundin zu finden. Im Oktober 1940 nimmt Friedrich Gerke Abschied von Frankreich. Es geht in Richtung Osten. Zunächst nach Hohensalzer. Die Stadt heißt auf Polnisch Inowrozwaw. Polen ist 1939 von der Landkarte verschwunden. Ein Teil ist deutsch besetzt, der andere sowjetisch. In Inowrozwaw filmt Gerke auch den Kommandeur der Division, General Heinz Helmich. Hier rechts im Bild. Der Angriff auf die Sowjetunion wird vorbereitet. Hitler hat den Entschluss längst getroffen. Die einfachen Soldaten ahnen nichts davon. Nur das Oberkommando der Wehrmacht ist eingeweiht. Hauptmann Friedrich Gerke und seine Leute werden für den Nachschub von Lebensmitteln und Munition zuständig sein. Doch noch haben sie höchstens einen Verdacht, wohin sie den Nachschub liefern werden. Es bleibt Zeit und Ruhe, um im Frühjahr 1941 die Verlobung des Tierarztes der Einheit zu feiern. Mittlerweile liegen Hauptmann Gerke und seine Männer in Budikiersk, etwa 70 Kilometer nordöstlich von Warschau. Der Stab der Division feiert mit dem Paar und den Eltern der Braut im ländlichen Idyll. Es wird nur noch wenige Wochen halten. An Probleme denkt im Frühsommer 1941 kaum jemand unter den Soldaten. Hauptmann Gerke filmt seine Offizierskameraden. Viele werden die kommenden Monate nicht überleben. Man gab sich eben alle Mühe, diesen Aufmarsch zu tarnen, Gerüchte in die Welt zu setzen und auch die eigenen Soldaten zu täuschen, die eben nach Ostpolen verlegt worden sind, in die Wälder dort hinein und die praktisch erst in der Nacht zum Sonntag, zum 22. Juni 1941, dann darüber aufgeklärt worden sind, was eigentlich ihre Aufgabe als nächstes ist. Die 23. Infanteriedivision wird noch näher an die künftige Frontlinie verlegt. An diesem Tag, als Gerke diese Bilder dreht, sind die Strapazen der nächsten Monate und die Gräuel der kommenden Jahre weit weg. Die Division bezieht ihre neue Stellung bei Ostrov Masowiecka, nahe der Grenze zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Der Ort lag zuvor mitten in Polen. Polen als eigenständiger Staat existiert nicht mehr. Hitler und Stalin haben das Land 1939 zwischen sich aufgeteilt und besetzt. Es ist der 19. Juni 1941, drei Tage vor dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Für nachrückende Einheiten werden Holzhütten errichtet. Die Offiziere erkunden das Grenzgebiet mit Pferden. Diese Region ist besiedelt, Soldaten leben mitten im Dorf. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Soldaten bereiten noch einmal in Ruhe eine Mahlzeit vor. Setzen sich zusammen und treffen letzte Vorbereitungen für den bevorstehenden Angriff. Auch im Krankenrevier. Noch ist auch Zeit, kleine Verletzungen zu versorgen. An den höchsten sowjetischen Stellen will man nicht so recht an einen möglichen deutschen Angriff glauben. Wir wissen, auch aufgrund neurer Veröffentlichungen, dass Stalin relativ früh eine Vielzahl von Meldungen erhalten hat, die darauf hindeuteten, dass die Deutschen einen Überfall geplant haben. Aber man muss sehen, dass er einerseits hartnäckig nicht daran glauben wollte, dass Hitler so dumm sein würde, in dieser Situation des Krieges jetzt eine zweite Front zu eröffnen. Gierke hält die letzten Stunden des Wartens fest. Auf die Soldaten wird Unvorstellbares zukommen. Zeit zu filmen wird in diesen Momenten nicht mehr sein. Trotz so imposanter Befestigungen wie dem vor Schönombur, die Wehrmacht hatte den Erbfeind und Angstgegner Frankreich relativ schnell besiegt. Mit dem Feldzug gegen die Sowjetunion beginnt das Deutsche Reich nun den Krieg gegen den größten ideologischen Feind, den Bolschewismus, wie es in der Propaganda heißt. Doch die Wehrmacht trifft nun auf einen viel stärkeren Gegner. Die 23. Infanteriedivision steht jetzt an der Grenze zur Sowjetunion. Die Soldaten haben verhältnismäßig ruhige Kriegszeiten an der Westfront hinter sich. Hauptmann Gierke und seine Männer haben den Frankreich-Feldzug mitgemacht. Und sie haben gesehen, dass auch solche beeindruckenden Grenzbefestigungen wie das vor Schönombur, in dessen ehemaliger Kommandozentrale ich jetzt stehe, die deutsche Wehrmacht nicht aufhalten konnte. Doch das war eine vollkommen andere Situation als die, die nun auf die Soldaten zukommt. Sie warten auf den Befehl zum Angriff auf die Sowjetunion. Der 22. Juni 1941 gegen drei Uhr morgens. Hauptmann Gierke filmt während des ersten Angriffs hinter der Frontlinie. Die Nachschubeinheit liegt in einem Waldstück. Die Kampfeinheiten der 23. Infanteriedivision sollen so schnell wie möglich die sowjetischen Grenzstellungen durchbrechen. Während an der Front Schüsse fallen und Explosionen die Luft zerreißen, ist von den ersten Kämpfen für die Nachschubeinheit nichts zu sehen. Neuigkeiten über die Gefechte erreichen Gierke und seine Männer über Funk. Bilder der ersten gefangenen Soldaten der Roten Armee. Die Männer werden sofort verhört. Die Deutschen wollen Informationen über die Position, Ausstattung und Taktik des Feindes. Das seit dem Angriff von Ostrov-Masowiecka aus angepeilte Ziel der Division ist Bialystok. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 ist Bialystok nicht mehr polnisch, sondern Teil der Sowjetunion. Insgesamt marschieren am 22. Juni 1941 drei Millionen deutsche Soldaten gegen die Sowjetunion. In den ersten Tagen stoßen sie auf schwache Gegenwehr. Der Gegner ist überrumpelt. Trotzdem wird dieser Feldzug für die Soldaten härter als alles bisher gekannt. Das wurde ihnen ja auch in den Befehlen klargemacht, dass dieser Krieg eben ein Weltanschauungskrieg sein würde. Und aufgrund der jahrelangen Propaganda des Antibolschewismus in den 30er Jahren gab es natürlich auch entsprechende Feindbilder und Ängste sozusagen vor einer Barbarisierung des Krieges. Auf der anderen Seite stand natürlich ein stark ausgeprägtes Überlegenheitsgefühl. Man hatte Frankreich geschlagen, was im Ersten Weltkrieg nicht gelungen war. Frankreich bisher der Angstgegner. Und vor allem stand also Russland. Dieses Russland, das vor 20 Jahren ja von der deutschen Armee 1917 geschlagen worden war. Diesmal soll der Gegner nicht geschlagen, sondern vernichtet werden. Es wird keine Verhandlungen geben, keine ritterliche Kriegsführung. Der Vormarsch ist trotz der ersten Erfolge der Wehrmacht schwer und verlustreich. Befestigte Straßen sind selten. Schlaglöcher bremsen das Tempo, selbst jetzt, mitten im Sommer. Der Nachschub zieht der Kampflinie hinterher. Friedrich Gerke filmt das erste Soldatengrab auf sowjetischem Boden. Ein einfaches Holzkreuz, auf das die Soldaten den Stahlhelm oder wie hier die Feldmütze des Gefallenen hängen. In den kommenden Monaten wird Friedrich Gerke unzählige Gräber sehen. Immer wieder kommt der Vormarsch ins Stocken. Sowjetische Gegenangriffe zwingen dazu, die Kräfte an neue Einsatzorte zu schicken. Dennoch glaubt die deutsche Führung fest daran, den Krieg innerhalb von wenigen Wochen zu gewinnen. Auch, weil die Wehrmacht auf ihrem Vormarsch Unmengen von sowjetischen Fahrzeugen findet. Hitler glaubt, die Rote Armee sei zerschlagen. Und die Deutschen kämpfen nicht alleine gegen die Rote Armee. Also bei etwa anfangs drei Millionen deutscher Wehrmachtssoldaten im Osten kamen zunächst, oder gleich zu Beginn des Krieges, 600.000 ausländische Soldaten hinzu. Das waren Wehrpflichtarmeen, wie etwa in Finnland oder Rumänien und Ungarn. Das waren italienische Divisionen, faschistische Miliz und eben auch königliche italienische Armee. Soldaten kämpfen, wo andere leben. Irgendwo im heutigen Polen filmt Hauptmann Friedrich Gerke diese Zivilisten. Sie taumeln durch die Trümmer ihrer Existenz. Sie retten davon, was noch zu retten ist. Sie versorgen sich mit Decken aus einem zurückgelassenen Rotkreuzwagen. Die Menschen müssen zwischen den Soldaten ihre tägliche Arbeit verrichten, um zu überleben. Die Deutschen ziehen weiter nach Osten. Der Stab der 23. Infanteriedivision bezieht Stellung. Der Kommandeur General Heinz Helmich ist dabei. Friedrich Gerke filmt. Aufnahmen zu machen ist nun, mitten im Krieg, keinesfalls verboten. Friedrich Gerke fängt die Gefahr ein, in der die Soldaten schweben. Er filmt den Einschlag einer Kugel am Wagen des Generals. Gegen schweres Geschütz hätte das Auto keine Chance gehabt. Der Krieg besteht nicht nur aus Kämpfen. Er ist recht für die Männer im Nachschub, die nicht an vorderster Front im Einsatz sind. Deshalb werden in den Versorgungseinheiten oft ältere Soldaten eingesetzt. Die Atempausen nutzen die Männer für die Körperpflege. Noch im Juni dreht Hauptmann Friedrich Gerke diese Bilder. Die Wehrmacht überquert einen Fluss, vermutlich den Narew. Die Division soll der Roten Armee auf dem Rückzug den Weg abschneiden. Dabei machen die Deutschen immer mehr Gefangene. Der Straßenstaub setzt sich überall fest. Er legt Fahrzeuge lahm und ermüdet die Soldaten. Besonders die Kratfahrer, die ständig zwischen der unmittelbaren Front und den hinteren Truppenteilen hin und her fahren, um Meldungen zu überbringen. Nun ist Bialystok erreicht. Von Ostrov-Masowiecka aus war Bialystok das erste Etappenziel. Die Zivilbevölkerung leidet unter dem deutschen Vormarsch. Da entwickelt sich dann Besatzungspolitik zunächst in aller Schärfe, weil die Wehrmacht aufgrund ihres strategischen Konzepts darauf angewiesen war, aus dem Lande zu leben, stärker als bisher, um den Nachschub zu entlasten über die weiten Entfernungen. Aus dem Lande zu leben heißt aber, dass man den Bauern die Ernte wegnehmen muss, auch wenn man sie dafür mit wertlosen Papierbesatzungsgeld bezahlt. Dass die Soldaten etwas zu essen haben, ist wichtig für die Leistung und die Moral der Truppe. In der Feldküche helfen einheimische Frauen. Ihr Lohn ist eine Mahlzeit für sich und ihre Kinder. Zunächst sind die Deutschen für die Zivilbevölkerung keine Gefahr. Dann kamen allerdings danach eben die SS- und Polizeieinheiten. Dann begann eben die Suche nach untergetauchten Kommunisten. Dann begann die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Zerstörte Panzer von den fliehenden sowjetischen Soldaten zurückgelassen, säumen die staubigen Straßen. Tote liegen auf dem Boden. Die Massen an zerstörten Fahrzeugen stimmen viele auf der deutschen Seite zuversichtlich. Man glaubt, der sowjetischen Armee werde bald das Kriegsgerät ausgehen. Die Männer hoffen auf das Ende des Krieges, darauf Weihnachten wieder zu Hause feiern zu können. Die Straßenverhältnisse dagegen sorgen nicht für Optimismus. Ein großer Teil der Fahrzeuge der Wehrmacht sind nicht für das Gelände geeignet. Hinzu kommt, dass kaputte Fahrzeuge die Wege blockieren. Solche Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden, damit es weitergeht. In einem Wald finden Gerke und seine Kameraden Schutz vor der Sonne und dem Feind. Zwischen den Bäumen können die Soldaten sich und ihre Fahrzeuge tarnen und so vor Angriffen schützen. Der Wald hat einen weiteren Vorteil. Wer Holz hat, kann Wasser heiß machen und sich damit besser vom Straßenstaub reinigen. Der Schmutz klebt auf den Gesichtern. Manch einer hat einen Sonnenbrand. Alle Soldaten werden zur Hygiene angehalten. Das Ganze war aber nicht nur eine Frage von Ordnung und Disziplin, sondern schlichtweg auch von Gesundheitsfürsorge. Denn man kannte das Problem der Verlausung, etwa der Verbreitung von Krankheiten aus dem Ersten Weltkrieg. Mitte Juli 1941 erreicht die Division Minsk. Die Wehrmacht ist bis nach Minsk rund 400 Kilometer auf sowjetisches Terrain vorgedrungen. Außerhalb der Stadt entdecken die Soldaten einen Flugplatz der sowjetischen Luftwaffe. Die Deutschen hatten ihn angegriffen und viele Maschinen zerstört. Die technische Ausrüstung des Feindes weckt das Interesse der Division. Im Zentrum von Minsk inspizieren die Wehrmachtssoldaten eine umgestürzte Lenin-Statue. Ein symbolischer Sieg. Ihren militärischen Triumph hat die Wehrmacht wenige Tage zuvor gefeiert. In einer Kesselschlacht hatte sie rund 320.000 sowjetische Soldaten gefangen genommen. Jeder zweite wird in deutscher Gefangenschaft sterben. Im Umkreis der Stadt und andernorts in Osteuropa erschießen die Deutschen Tausende von Juden. Die Wehrmacht verhängt ein Film- und Fotografierverbot. Das bezog sich aber darauf, dass vorgesetzte Monierten, dass Soldaten eben Erschießungsaktionen der SS und Polizei fotografierten, dass sie gewissermaßen in Tonhose und mit dem Fotoapparat vor dem Bauch baumelnd an den Gruben sozusagen standen und ihre Aufnahmen machten. Und dann diese Aufnahmen, weil sie ja selber das Gefühl hatten, da passiert etwas ganz Sensationelles, etwas ganz Schreckliches oder jedenfalls Unerhörtes, dass sie oft von diesen Leichenbergen auch von diesen Erschießungen dann Abzüge gemacht haben, die sie an Kameraden verkauft haben. Gerke filmt die Bewohner eines weißrussischen Dorfes. Viele ihrer Landsleute werden später als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen scheinen die Dorfbewohner noch keine schlechten Erfahrungen mit den Deutschen gemacht zu haben. Sie staunen über deren Radio, den sogenannten Volksempfänger. Und die Frauen helfen wieder einmal in der Feldküche. Dann geht es weiter nach Osten. Aus Gerkes Gesicht ist das schelmische Lachen der Zeit in Frankreich verschwunden. Inzwischen ist er Major. Seine Uniform ist nicht mehr tadellos gepflegt. Vielleicht ahnt er, dass dies nur der Anfang ist, dass der Staub und die tiefen Schlaglöcher kein Ende nehmen. Die unzähligen Dörfer, durch die die deutschen Soldaten kommen, machen ihnen die Weite des Landes erst bewusst. Es muss eine Wohltat sein, von den trockenen Pisten an einen Fluss zu kommen. Es ist der 14. Juli 1941. Gierkes Aufnahmen zeigen, wer zur Division gehört. In der Aufklärungsabteilung gibt es noch Kavalerieschwadronen. Die Propaganda der Nationalsozialisten hatte im In- und Ausland den Eindruck erweckt, die Wehrmacht sei weit besser motorisiert. Im Alltag des Krieges gibt es für die Soldaten immer wieder Grund zu feiern. An diesem Tag heiraten drei Soldaten, direkt hinter der Front. Sogenannte Ferntrauungen finden statt. Die Braut wird in Deutschland getraut, der Bräutigam an der Front von einem Offizier oder Geistlichen. Weil neben der Braut ein Stahlhelm anstelle des Bräutigams steht, spricht der Volksmund von Stahlhelm-Hochzeiten. Dieses ganz menschliche Bedürfnis zu fördern, lag durchaus im Sinne des Nationalsozialismus. Nicht nur einfach aus Rücksicht auf die Stimmung in der Bevölkerung, sondern auch aus rasseideologischen Gesichtspunkten. Es ging ja darum, möglichst dem Führer neue Kinder, sozusagen künftige Soldaten zu schenken, die gebotene Freudigkeit zu erhöhen. Für einen Soldaten gibt es noch einen anderen Beweggrund. Wenn er Angst hat zu sterben, dann führt die Ferntrauung dazu, dass er eine Witwe mit Versorgungsanspruch zurücklässt. Dass ein Soldat tot ist, erfährt seine Familie in der Regel aus einem Brief des Kompanieführers. Darin steht, wo und wann der Mann gestorben ist. Nur ein Teil der Soldaten stirbt in Lazaretten hinter der Kampflinie. Viele lassen ihr Leben kurz nachdem sie verwundet werden. Sie schaffen es nicht mehr zu Verbandsplätzen wie diesem, direkt an der Front. Dass der Krieg gegen die Sowjetunion härter wird, als die sogenannten Blitzkriege im Westen Europas, ist vielen Soldaten schon nach wenigen Wochen klar. Der Ostfeldzug hat im Sommer bei erträglichen Temperaturen begonnen. Zu diesem Zeitpunkt können die deutschen Soldaten noch nicht ahnen, welche Strapazen sie im russischen Winter erwarten. Wie Friedrich Gerke und die 23. Infanteriedivision den Einbruch der eisigen Temperaturen erleben, sehen Sie nach einer kurzen Pause. Am Anfang des Angriffs auf die Sowjetunion marschieren die deutschen Truppen zügig nach Osten. Hitler und viele Generäle glauben, der Feldzug sei in wenigen Wochen beendet und gewonnen. Viele einfache Soldaten hoffen, bald nach Hause zu kommen und nicht mehr von Gulaschkanonen oder Großküchen wie dieser hier in Vorschön und Burr bekocht zu werden, sondern zu Hause von ihren Frauen oder Müttern. Doch diese Hoffnung wird enttäuscht, wie die Männer bald feststellen müssen. Die sowjetischen Kriegsgefangenen lösen bei den deutschen Soldaten unterschiedliche Gefühle aus. Diese Männer sind keine Gefahr mehr, sie sind besiegt, aber sie wecken bei den Deutschen die Angst, selbst in Gefangenschaft zu geraten. Friedrich Gerke fragt sich vielleicht, während er diese Bilder macht, wie die Gefangenen mit Nahrung versorgt werden sollen. Zu seinen Aufgaben gehört das nicht. Gefangene sollen von dem ernährt werden, was die Deutschen übrig lassen. Weibliche Gefangene diffamiert die Propaganda auf besondere Art und Weise. Die Soldaten der Wehrmacht waren gewarnt worden durch die göbbelsche Hasspropaganda vor sogenannten Flintenweibern. Darunter stellte man sich irgendwelche politisch verhetzten Weibsbilder vor, die da sozusagen völlig vertiert dann auf dem Schlachtfeld den Soldaten an die Gurgel gehen würden. Das ist natürlich ein Klischee gewesen, dessen Wirkung auf die Soldaten man ja nicht messen kann. Man sieht aber allerdings in den Fotoalben, wenn da Gefangene Soldatinnen gezeigt werden, dass auch in der Beschriftung, so im Unterton, etwas stark Abfälliges mitklingt. Im August 1941 ist das Verhältnis zwischen deutschen Soldaten und der Zivilbevölkerung nicht immer feindselig. Hier besucht die 23. Infanteriedivision einen Gottesdienst in einer Dorfkirche, gemeinsam mit Bewohnern des Ortes. Das Gotteshaus war von den Kommunisten zu einem Stall umfunktioniert worden. Auch Hitler will in Deutschland den Einfluss der Kirchen eindämmen. Doch in diesem Feldzug gibt man eine andere Losung an die Soldaten aus, wenn die Bevölkerung ihre Kirchen wieder dem alten Zweck zuführen will. Die Anweisung lautete, das durchaus zu unterstützen, denn man wollte ja durchaus die Sympathie, die Kollaborationsbereitschaft der Bevölkerung. Auf dem Weg nach Smolensk filmt Friedrich Gerke zerstörtes Kriegsgerät. Die Rote Armee verfügt 1941 über 23.000 Panzer, rund 116.000 Geschütze und Granatwerfer, sowie etwa 13.000 Flugzeuge. Damit ist sie zahlenmäßig besser ausgerüstet als die deutsche Seite. Unter dem zerstörten Material ist auch ein Panzerzug. Beide Seiten setzen in diesem Krieg auf den Transport auf der Schiene. Solche Transporte sind Ziele für die Angriffe der Luftwaffe und von Partisanen. Stalin hat inzwischen zum großen Vaterländischen Krieg aufgerufen. Durch die Besatzungspolitik auf wirtschaftlichem Gebiet, aber eben auch was die rassische Verfolgung, die politische Bekämpfung anbelangt, entstehen dann Übergriffe, Massaker, Verbrechen, die das Verhältnis zur Bevölkerung beeinträchtigen. Das ist ja klar etwas, was sich dann verschärft dadurch, dass der Krieg eben nicht nach vier, sechs Wochen zu Ende ist, sondern die Anforderungen eben im Hinblick auf die Ausbeutung des Landes dann wachsen. Deshalb ist die Hilfe der deutschen Soldaten bei der Ernte purer Eigennutz. Der schnelle Vormarsch nach Osten hat einen Nachteil. Die Wege, um Nahrung und neue Munition zu den kämpfenden Soldaten zu schaffen, werden länger. Smolensk ist im September 1941 erreicht. Die Stadt ist gezeichnet von schweren Kämpfen. Etwa 700 Kilometer Vormarsch bis nach Smolensk hat Gerkes Division hinter sich. Smolensk gilt als gute Ausgangsbasis für einen Angriff auf Moskau. Hitler und die Heeresführung sind sich uneins, wie es nach dem Erfolg von Smolensk weitergehen soll. Die Generale wollen schnell nach Moskau. Hitler will zuerst die Ukraine im Süden erobern, wegen ihrer Getreidefelder. Hitler setzt sich durch. Sodass also unter dem Strich die Deutschen zwar die Ukraine besetzt haben, auch deren wirtschaftliche Ressourcen in die Hand bekommen haben, soweit sie unzerstört gewesen sind. Aber der Marsch auf Moskau dann zeitlich verzögert wurde und damit auch in eine Schlechtwetterperiode hineingeraten ist. Und der Vormarsch immer langsamer wurde und dann schließlich am Stattern von Moskau zum Erliegen gekommen ist. Die deutschen Kräfte stoßen immer häufiger auf sowjetische Panzer. Denn Stalin lässt mittlerweile pausenlos zurückschlagen und setzt seine schwer angeschlagenen Truppen rücksichtslos ein. Auf der deutschen Seite gibt es deshalb höhere Verluste. Hier wird der Kommandeur der Aufklärungsabteilung der 23. Infanteriedivision zu Grabe getragen. In Aufklärungsabteilungen sterben verhältnismäßig viele Soldaten. Sie erkunden Terrain, das noch nicht erobert wurde. Dabei treffen sie oft überraschend auf einen überlegenen Feind. Doch Soldaten sterben nicht nur im Kampf. Manch einer erträgt den Krieg nicht mehr und nimmt sich das Leben. Für ihn gibt es keine militärischen Ehren. Er wird also auf kein Kriegerdenkmal mit seinem Namen verewigt werden. Es wird die Gestapo dann sicherlich prüfen, ob also irgendein familiärer Hintergrund da ist. Möglicherweise hat die Frau defätistische Briefe an ihren Mann geschrieben. Und im letzten Kriegsjahr kommt die sogenannte Sippenhaft dazu, dass also die Familie damit rechnen musste, ins Konzentrationslager zu kommen. Anfang Oktober 1941. Friedrich Gerke filmt ein brennendes Dorf. Für seine Bewohner ist es eine Katastrophe, ihr Dach über dem Kopf zu verlieren. Wie sollen sie ohne Haus den Winter überleben? Die kalte Jahreszeit wird auch für die Soldaten zum Problem werden. Doch noch reichen leichte Mäntel. Die Männer beziehen in einem Dorfquartier. Zivilisten müssen ihre Häuser dafür räumen. Die Propaganda gibt die Begründung. Als sogenannte Herrenmenschen müssten sie auf die minderwertigen Slaven keinerlei Rücksicht nehmen. Es kommt auch zu Vergewaltigungen. Freiwillige Liebesverhältnisse zwischen einheimischen und deutschen Soldaten sind unerwünscht. Man wollte auch wieder aus gesundheitlichen, aus politischen, rassideologischen Gründen, wollte man eigentlich diesen Verkehr mit einheimischen Frauen nicht, schon gar nicht, also entsprechende uneheliche Kinder. Der Einsetzen der Herbstregen macht der 23. Infanteriedivision zu schaffen. Und es ist kälter geworden. Die Pisten weichen auf. Schlamm erschwert den Vormarsch auf Moskau. Trotzdem gelingt es, den deutschen Soldaten bis Dezember 1941 bis auf wenige Kilometer auf Moskau vorzurücken. Doch dann wird der Vormarsch endgültig zu Ende sein. Sowjetische Kriegsgefangene gehen zu Fuß zu Sammelplätzen und Lagern. Ihre Zahl verdoppelt sich zwischen September und Dezember 1941 auf 3,3 Millionen Menschen. Die Gefangenen schlafen unter freiem Himmel. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Die Menschen erfrieren, sterben an Seuchen oder sie verhungern. Frauen sind in der sowjetischen Armee meist im Sanitäts- oder Stabsdienst tätig. Diese Frau scheint sich mit einem deutschen Soldaten zu unterhalten. Männliche sowjetische Soldaten, die als Kommissare die Truppe politisch auf Kurs halten, werden sofort erschossen. Die Heeresführung hat auf ein paar Regeln gedrängt, aus ihrer Sicht, um eine Verrohung der Truppe zu vermeiden. Also die Regel lautete dann, dass die Politkommissare, Kriegsgefangene abseits der Truppe zu liquidieren seien. Sprachlich Bimsen genannt, alles andere als beliebt. Doch Training muss sein, auch wenn sich Versorgungseinheiten in der Regel einige Kilometer hinter der Frontlinie befinden. Durch Partisanen sind diese Nachschubeinheiten auch deshalb gefährdet, weil sie ja wertvolle Güter transportieren, die für versprengte Feinteile oder in Partisanengruppen von Interesse sind. Im besiegten Frankreich ist diese Bedrohung für die Soldaten aber weit weg. Man bezieht Quartier in Montbelliard an der Grenze zur Schweiz. Den Offizieren bleibt Zeit für Ausritte. Die Verpflegung ist in Frankreich gut. Meistens sind die Waren gekauft, denn in Frankreich zu plündern, wird hart bestraft. Übersetzer wie diese junge Frau sind gefragt. Sie hilft Gierke, wenn es darum geht, bei Franzosen einzukaufen. Er hat zu dieser Zeit den Auftrag, für die Division Alkohol zu besorgen. Und macht sich mit anderen Offizieren auf den Weg nach Reims, zur Sektausgabestelle des Oberquartiermeisters. Die Kathedrale von Reims ist eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Schäden, die das Gebäude im Ersten Weltkrieg davon getragen hatte, waren erst 1938 beseitigt worden. Andere Spuren des Ersten Weltkriegs sind immer noch zu sehen. Im rund 120 Kilometer entfernten Verdun liegen Gräber hunderttausender gefallener Soldaten. Wie auch im Beinhaus von Doumont. Viele deutsche Soldaten besuchen als Besatzer Verdun und andere große Soldatenfriedhöfe. Diese Orte wecken dunkle Erinnerungen. Die älteren Soldaten, die Offiziere, die 20 Jahre zuvor als junge Kerle dort im Schützengrab gelegen haben, die sind zurückgekehrt an die Städten, wo sie eben Fürchterliches erlebt haben, wo eben Gräber, Namensgräber gewesen sind, von Kameraden, an die sie sich noch erinnert haben. Für die ganz Jungen, die den Ersten Weltkrieg nur kannten aus den Erzählungen der Väter, war das auch kein Grund zum Übermut, denn die Erzählungen der Väter waren ja vom Schrecken sozusagen geprägt. Der Erste Weltkrieg war ja in Erinnerung Schützengrabenkrieg, waren Gasangriffe, waren horrende Verluste für nur 100 Meter eroberten Gebietes. Doch Frankreich hat seinen Schrecken für die Soldaten verloren. Jetzt genießen sie ihren Besatzeralltag. Auch die zahlreichen Kabarets. Dass in Revuen manchmal äußerst spärlich bekleidete Damen zu sehen sind, spricht sich schnell herum. Es ist einer von vielen Aspekten, die die deutschen Soldaten an Frankreich schätzen. Gierke und seine Begleiter fahren im Auftrag der Wehrmacht nach Bordeaux zuständig sein. Doch noch haben sie höchstens einen Verdacht, wohin sie den Nachschub liefern werden. Es bleibt Zeit und Ruhe, um im Frühjahr 1941 die Verlobung des Tierarztes der Einheit zu feiern. Mittlerweile liegen Hauptmann Gierke und seine Männer in Budikiersk, etwa 70 Kilometer nordöstlich von Warschau. Der Stab der Division feiert mit dem Paar und den Eltern der Braut im ländlichen Idyll. Es wird nur noch wenige Wochen halten. An Probleme denkt im Frühsommer 1941 kaum jemand unter den Soldaten. Hauptmann Gierke filmt seine Offizierskameraden. Viele werden die kommenden Monate nicht überleben. Man gab sich eben alle Mühe, diesen Aufmarsch zu tarnen, Gerüchte in die Welt zu setzen und auch die eigenen Soldaten zu täuschen, die eben nach Ostpolen verlegt worden sind, in die Wälder dort hinein. Und die praktisch erst in der Nacht zum Sonntag, zum 22. Juni 1941, dann darüber aufgeklärt worden sind, was eigentlich ihre Aufgabe als nächstes ist. Die 23. Infanteriedivision wird noch näher an die künftige Frontlinie verlegt. Zuvor feiern die Offiziere ausgelassenen Abschied von Budikiersk. Die Soldaten wissen noch nicht, dass es für viele die letzte Feier ist. An diesem Tag, als Gierke diese Bilder dreht, sind die Strapazen der nächsten Monate und die Gräuel der kommenden Jahre weit weg. Die Division bezieht ihre neue Stellung bei Ostrov-Masowiecka, nahe der Grenze zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Der Ort lag zuvor mitten in Polen. Polen als eigenständiger Staat existiert nicht mehr. Hitler und Stalin haben das Land 1939 zwischen sich aufgeteilt und besetzt. Es ist der 19. Juni 1941, drei Tage vor dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Für nachrückende Einheiten werden Holzhütten errichtet. Die Offiziere erkunden das Grenzgebiet mit Pferden. Diese Region ist besiedelt, Soldaten leben mitten im Dorf. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Soldaten bereiten noch einmal in Ruhe eine Mahlzeit vor. Setzen sich zusammen und treffen letzte Vorbereitungen für den bevorstehenden Angriff. Auch im Krankenrevier. Noch ist auch Zeit, kleine Verletzungen zu versorgen. An den höchsten sowjetischen Stellen will man nicht so recht an einen möglichen deutschen Angriff glauben. Wir wissen, auch aufgrund neuerer Veröffentlichungen, dass Stalin relativ früh eine Vielzahl von Meldungen erhalten hat. Herzlich Willkommen bei unserer Dokumentationsreihe Alltag unterm Hakenkreuz. Das Vorschönombur hier hinter mir ist eine der vielen Befestigungen an der sogenannten Maginot-Linie. So bezeichnet man die ehemalige Verteidigungslinie Frankreichs, unter anderem gegenüber Deutschland. Dieses Verteidigungssystem bestand aus Bunkern, aus Befestigungen wie dieser hier und Kriegsgerät, um etwaige Angriffe des deutschen Nachbarn abzuwehren. Seit die Wehrmacht im September 1939 Polen angegriffen hat, herrscht zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich Krieg. Doch es wird kaum gekämpft. Man spricht vom Sitzkrieg. Am 10. Mai 1940 ist es dann soweit. Die deutsche Wehrmacht marschiert in Frankreich und in die neutralen Benelux-Länder ein. Natürlich brauchen die deutschen Truppen in diesem Feldzug gegen die westlichen Nachbarn ständig Nachschub. Nahrung, Getränke, Kleidung, Medikamente, Maschinen, Ersatzteile und Munition. Dies besorgen die sogenannten Versorgungseinheiten der Division. Rund 15.000 Männer müssen versorgt werden. Und einer dieser Männer im Nachschub war ein Hobbyfilmer. Ihm verdanken wir diese Bilder. Friedrich Gierke, Hauptmann der 23. Infanteriedivision im Juni 1940. Derselbe Mann einige Monate später. Sein Gesicht hat sich verändert. Es ist ernster geworden. Als er 1940 beginnt, sein filmisches Kriegstagebuch zu führen, ist der Hauptmann im Nachschub hinter kämpfenden Kameraden. Die Angriffe der Wehrmacht haben Frankreich gezeichnet. Dabei war das Land seit dem Ersten Weltkrieg der Angstgegner der Deutschen. Die französischen Befestigungen galten als unbezwingbar. Im Sommer 1940 aber ist es anders. Die Wehrmacht führt einen Blitzkrieg. Gerke leitet in diesem Feldzug eine Versorgungseinheit. Die Infrastruktur Frankreichs erleichtert ihr die Arbeit. Neben dem sehr gut ausgebauten Schienennetz gab es ja eben auch ein sehr gut ausgebautes Straßennetz, sodass also die Lkw-Kolonnen rasch dann von den Ausladepunkten aus den Nachschubbetrieb an die Front leisten konnten. Und der Krieg war ja nur von kurzer Dauer, waren also nur vier, sechs Wochen im Grunde genommen größere Kämpfe, sodass der Verbrauch auch nicht so hoch gewesen ist. Schon bald erfahren die Männer von der Kapitulation Frankreichs. Ihre Arbeit im Nachschub wird dadurch aber keinesfalls überflüssig. Auch eine Besatzungsarmee will versorgt werden. Gerke filmt Soldaten während des Exerzierens. Die Offiziere schauen zu. Bei den Soldaten ist das Üben, Umgangssprache und Kognak. Sie machen währenddessen einige Tage Urlaub. Es geht an die Atlantikküste. Sie genießen die Sonne und den Strand. Gerke legt sich in den Sand. Dann ist Zeit für ein Bad im Atlantik. Jetzt geht es nach Kognak. Dort kauft die Gruppe um Friedrich-Gerke Spirituosen und Wein. Nicht ohne den dafür nötigen Rohstoff zu testen. Die Stimmung ist bestens bei den Deutschen. Leben wie Gott in Frankreich. Es sah ja so aus, das gilt für die Stimmung in der gesamten deutschen Bevölkerung, als ob der Krieg jetzt so langsam veräbben würde. Mit Sowjet-Russland war man verbündet, hatte zumindest einen Nicht-Angriffs-Vertrag. Und die Hilfslieferungen Stalins kamen ja über die Grenze. Die USA waren fern am Horizont und neutral. Das Schloss von Versailles steht für die Deutschen damals für eine weit schlechtere Zeit. Für eine nationale Schmach. Der Friedensvertrag von Versailles schrieb Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg Reparationen und Gebietsabtretungen vor. Die Nationalsozialisten hetzten von Anfang an gegen den sogenannten Schandvertrag von Versailles. Im Jahr 1940 stehen die deutschen Soldaten als Sieger vor dem Schloss. Für viele Deutsche eine Genugtuung. Und manch ein deutscher Soldat würde sich gerne mit einer Französin an der Seite schmücken. Denn die Frauen dort stehen in dem Ruf, freizügig zu sein. Auch in Nordfrankreich, streng katholische Landgemeinden, da waren die Mädchen nun nicht scharf darauf, über jeden Männerrock herzufallen. Der durchs Dorf kam schon gar nicht, also gegenüber Fremden. Also das weiß man aus Erzählungen vieler Soldaten. Das war gar nicht so einfach, in Frankreich eine Freundin zu finden. Im Oktober 1940 nimmt Friedrich Gerke Abschied von Frankreich. Es geht in Richtung Osten. Zunächst nach Ronsalza. Die Stadt heißt auf Polnisch Inowrozwaw. Polen ist 1939 von der Landkarte verschwunden. Ein Teil ist deutsch besetzt, der andere sowjetisch. In Inowrozwaw filmt Gerke auch den Kommandeur der Division, General Heinz Helmich, hier rechts im Bild. Der Angriff auf die Sowjetunion wird vorbereitet. Hitler hat den Entschluss längst getroffen. Die einfachen Soldaten ahnen nichts davon. Nur das Oberkommando der Wehrmacht ist eingeweiht. Hauptmann Friedrich Gerke und seine Leute werden für den Nachschub von Lebensmitteln und Munition. Er hat die darauf hindeuteten, dass die Deutschen einen Überfall geplant haben. Aber man muss sehen, dass er einerseits hartnäckig nicht daran glauben wollte, dass Hitler so dumm sein würde, in dieser Situation des Krieges jetzt eine zweite Front zu eröffnen. Gerke hält die letzten Stunden des Wartens fest. Auf die Soldaten wird Unvorstellbares zukommen. Zeit zu filmen wird in diesen Momenten nicht mehr sein. Trotz so imposanter Befestigungen wie dem Vor-Schönombur, die Wehrmacht hatte den Erbfeind und Angstgegner Frankreich relativ schnell besiegt. Mit dem Feldzug gegen die Sowjetunion beginnt das Deutsche Reich nun den Krieg gegen den größten ideologischen Feind, den Bolschewismus, wie es in der Propaganda heißt. Doch die Wehrmacht trifft nun auf einen viel stärkeren Gegner. Die 23. Infanteriedivision steht jetzt an der Grenze zur Sowjetunion. Die Soldaten haben verhältnismäßig ruhige Kriegszeiten an der Westfront hinter sich. Hauptmann Gerke und seine Männer haben den Frankreich-Feldzug mitgemacht. Und sie haben gesehen, dass auch solche beeindruckenden Grenzbefestigungen wie das Vor-Schönombur, in dessen ehemaliger Kommandozentrale ich jetzt stehe, die deutsche Wehrmacht nicht aufhalten konnte. Doch das war eine vollkommen andere Situation als die, die nun auf die Soldaten zukommt. Sie warten auf den Befehl zum Angriff auf die Sowjetunion. Der 22. Juni 1941 gegen drei Uhr morgens. Hauptmann Gerke filmt während des ersten Angriffs hinter der Frontlinie. Die Nachschubeinheit liegt in einem Waldstück. Die Kampfeinheiten der 23. Infanteriedivision sollen so schnell wie möglich die sowjetischen Grenzstellungen durchbrechen. Während an der Front Schüsse fallen und Explosionen die Luft zerreißen, ist von den ersten Kämpfen für die Nachschubeinheit nichts zu sehen. Neuigkeiten über die Gefechte erreichen Gerke und seine Männer über Funk. Bilder der ersten gefangenen Soldaten der Roten Armee. Die Männer werden sofort verhört. Die Deutschen wollen Informationen über die Position, Ausstattung und Taktik des Feindes. Das seit dem Angriff von Ostrov Masowiecka aus angepeilte Ziel der Division ist Bialystok. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 ist Bialystok nicht mehr polnisch, sondern Teil der Sowjetunion. Insgesamt marschieren am 22. Juni 1941 drei Millionen deutsche Soldaten gegen die Sowjetunion. In den ersten Tagen stoßen sie auf schwache Gegenwehr. Der Gegner ist überrumpelt. Trotzdem wird dieser Feldzug für die Soldaten härter als alles bisher gekannt. Das wurde ihnen ja auch in den Befehlen klargemacht, dass dieser Krieg eben ein Weltanschauungskrieg ist.